Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Wenn Sie es noch nicht auf unserer Homepage gesehen haben und falls Sie es nicht bereits vorgestern aus dem Mund von Benjamin Gollme in Kontrafunk aktuell vernommen haben, dann erfahren Sie es jetzt von mir. Es gibt wieder Karten für unsere Jubiläumsveranstaltung am längsten Tag des Jahres, am 21. Juni in der Messe Dresden und zwar jetzt in der Halle 1, der größten, die es dort gibt. Wir waren nämlich ausverkauft und sind umgezogen. Aber keine Sorge, alle bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Also bitte nicht stornieren. Alle Platznummern bleiben gleich. Es gibt nur links und rechts und hinten etliche Stuhlreihen zusätzlich sowie jede Menge Plätze auf der Tribüne. Wir erwarten jetzt nicht mehr Hunderte, sondern Tausende von Gästen. Und damit sich die Anreise auch lohnt, dehnen wir das Fest zeitlich aus. Wir beginnen schon nachmittags um vier mit einem Markt im Foyer. Da gibt es Verkaufsstände für Bücher, Andenken, Textilien und landwirtschaftliche Produkte. Außerdem natürlich Erfrischungen. Und überall wuseln Kontrafunker herum. Die können Sie mit etwas Glück dann aus der Nähe kennenlernen. Und um 19 Uhr geht es dann los mit der Geburtstagsgala. Denn der Kontrafunk wird an dem Tag zwei Jahre alt. Peter Hane, Uwe Steimle, Uwe Tellkamp, Marco Riemer, Ludger K. Andreas Thiel und viele andere sind an diesem Abend auf der Bühne. Und wer noch keine Karten hat, kann ab jetzt wieder welche buchen unter kontrafunk.radio-supergala. Und jetzt machen wir von Dresden einen schnellen Sprung zu den Kitzbühler Alpen in Österreich. Und ich habe das Vergnügen für ein Ferienappartement zu werben. Oder genauer für zwei Ferienappartements in Weidringen. Das ist ein normal gebliebener Ort am Eingang zum Pillerseetal. Die Umgebung ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten aller Art, wie zum Beispiel Alpinski, Langlauf, Wandern, Klettern, Radfahren, Mountainbiken. Und in den beiden geräumigen Appartements mit zwei beziehungsweise drei separaten Schlafzimmern ist jeweils für vier bis sechs Personen Platz. Diese wunderschönen Wohnungen sind vollständig ausgestattet mit allem, was man zum Kochen und zum Wohlfühlen braucht. Und jedes Apartment hat ein eigenes Saunahäuschen, das nur den jeweiligen Mietern zur Verfügung steht. Und im Garten gibt es einen Naturbadeteich für beide Apartments. Buchen können Sie diese Traumunterkünfte per Internet. Die Adresse lautet www.apartment-steinplatte.at Und wenn Sie nach der Buchung eine E-Mail an den Vermieter schreiben und sich als Kontrafunkhörer bekennen, dann bekommen Sie 20% Rabatt auf den Zimmerpreis. Oder schreiben Sie einfach eine entsprechende Notiz bei der Buchung in das Feld Anmerkungen und Wünsche. Also nochmal die Adresse www.apartment-steinplatte.at Und an dieser Stelle auch mal wieder die Einladung, wenn Sie etwas zu verkaufen oder zu bewerben haben, dann melden Sie sich doch unter info-at-kontrafunk.radio, denn Werbung im Kontrafunk wirkt. Und damit komme ich zur Sonntagsrunde. Heute mit der parteilosen Parlamentarierin im Deutschen Bundestag, Joana Cotar, sowie den Journalisten Wolfgang Keudel von der Weltwoche und Frank Lüberding von der Welt, unter anderem von der Welt, denn er ist freischaffend. Ja, wir alle fiebern ja dem morgigen Montag entgegen, dem Erstverkaufstag von Frank-Walter Steinmeiers epochalem Buch Wir. Aber zum Glück hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung schon einen Vorabdruck gebracht, sodass wir ahnen, welche gedankliche Schatzkammer sich dem Wir-Leser noch öffnen mag. Frau Cotar, haben Sie das bundespräsidentielle Elaborat schon auf sich wirken lassen, wenigstens auszugsweise? Ich habe Artikel drüber gelesen, dass er das Buch geschrieben hat. Ich habe mir weder die Auszüge durchgelesen, noch werde ich mir das Buch kaufen. Allein der Titel Wir spottet in meiner Auffassung jeder Beschreibung. Herr Steinmeier tut in seiner Amtszeit alles dafür, dass dieses Wir in Deutschland nicht mehr existiert. Und dass er jetzt ausgerechnet darüber ein Buch schreibt, ist in meinen Augen doch nicht ernst zu nehmen und lächerlich. Manche haben ja schon gesagt, er hat vielleicht ein R vergessen. Der Titel sollte eigentlich Wir mit zwei R. Wolfgang Keudel, haben Sie schon einen Vorgeschmack bekommen? Nein, auch nicht. Ich schließe mich da Frau Cotar an. Es gibt so viele wichtige, gute, interessante Bücher, wo man was Neues erfährt und die haben da hervorragend. Also man tut dem guten Steinmeier Unrecht. Er knüpft ja da eine alte Tradition an. Ich denke nur, wir Wilhelm von Gottes Gnaden und so weiter. Also da ist ja schon eine gewisse Kontinuität zu erkennen. Okay und Frau Glüberding, ich meine eins kann man ja immerhin feststellen, das ist eine interessante Theorie, die er da aufgestellt hat. Das habe ich zurückbehalten. Wir brauchen einen neuen Patriotismus, sagt der Herr Steinmeier, aber Patriotismus gegen die homogenen Nationalstaaten. Fragt man sich, wie soll das jetzt gehen? Wie könnte das gemeint sein? Ja, das Problem ist natürlich, dass Politikerbücher und gerade die von aktiven Politikern natürlich immer so ein bisschen, ja das ist Werbung. Werbung für die eigene Position und ein Bundespräsident ist nun einmal in einer Funktion, wo er ja noch nicht mal politisch richtig deutlich werden kann. Und was er hier wohl, soweit ich das den kursorischen Stellungnahmen, die ich gelesen habe, entnommen habe, Er versucht jetzt natürlich in irgendeiner Form aus einer Malaise herauszukommen, wo er von verschiedensten Seiten angegriffen wird. Zum einen von denjenigen, die seine ausgrenzenden Rhetorik in der Corona-Pandemie kritisieren. Und zum anderen von denjenigen, die seine frühere Russland-Politik als Außenminister, als Kanzleramtsminister unter Schröder und als SPD-Kanzlerkandidat rückwirkend hart kritisieren. Und von den beiden Flügeln wird er also dementsprechend bedrängt. Und so ist er irgendwo in einer völlig unglücklichen Situation, dass er auch noch nicht einmal mehr als Bundespräsident richtige Wirkung erzielen kann. Also ein Verteidigungs- und Ablenkungswerk. Wir sind uns einig, das ist von allen Themen, die wir hier zu besprechen haben, sicher das Unwichtigste. Deswegen habe ich damit angefangen, wir können es sofort abtun. Kommen wir zu anderen Dingen und ich sage mal Einreiseverbote. Also zwei Namen genügen. Martin Sellner und Yanis Varoufakis. Beide dürfen nicht nach Deutschland. Wobei Sellner hat es ja jetzt aufheben lassen. Kommen wir vielleicht ein bisschen im Detail dazu. Aber mich würde mal Ihre Meinung interessieren. Vielleicht fangen wir mit Joanna Kortar wieder an. Wie ist denn das mit diesen Einreiseverboten? Wenn dann für alle oder für keinen? Ja, also es ist schon ironisch, dass man sich zwei Leute rauspickt wie Sellner und Varoufakis und sagt, ihr kommt hier nicht mehr rein. Und derweil steht die Grenze für alle anderen offen, die das Wort Asyl gerade mal buchstabieren können. Also wir lassen alle rein, nur diese beiden nicht. Das ist erbärmlich für einen Staat wie Deutschland. Und das zeigt auch die Hilflosigkeit, dass man sich nur noch zu wehren weiß gegen Leute, deren Meinung man nicht teilt, indem man sie nicht mehr einreisen lässt und gleichzeitig irgendwelche radikalen Islamisten hier einweisen lässt. Das hat mit Demokratie wenig zu tun und man fragt sich, was in den Köpfen vorgeht, weil gerade ein Herr Sellner weiß das ja sehr gut auszunutzen, das Marketing. Er schreibt es ja auch in seinem Buch. Wir können genau diese Ausgrenzungen für uns nutzen und ins Positive umwandeln. Also tun Sie dem Herrn Sellner noch einen Gefallen. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Es hat auch nichts mit europäischem Recht zu tun. Herr Sellner ist österreichischer Staatsbürger, damit EU-Bürger. Herr Varoufakis ist griechischer Staatsbürger, damit EU-Bürger. Es gibt die Freizügigkeit. Es gibt keinen Grund, sie an der Einreise zu hindern. Keinen rechtlichen Grund. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die doch sonst adleräugige EU-Kommission sich da mal dazu äußert oder was dazu sagt. Frank Lüberding. Mich erinnert es, aber Anfang der 70er Jahre gab es einen trotzkistischen Intellektuellen in Brüssel namens Ernest Mandel. Er hat wirklich tolle Bücher geschrieben über marxistische Ökonomie und der wurde damals auch von der Bundesregierung mit einem Einreiseverbot verhängt. Und damals gab es natürlich noch nicht die Freizügigkeit innerhalb der EU und so etwas. Aber das Ergebnis war dann zum Beispiel, dass man ihm, glaube ich, seine Ehrendoktorwürde, die FU Berlin, eine Abgesandte nach Brüssel gereist sind, um ihm dort diese zu überreichen. Und hat natürlich damals wahnsinnig viele Wellen geschlagen, auch im Spiegel und so etwas. Also die Medien haben es alle durch die Bank kritisiert als eine völlig maßlose Form der politischen Repression. Und jetzt kommen wir offensichtlich wieder in so eine Situation zurück, wo wir mit solchen rechtlichen Konstrukten die Einreiseverboten hantieren. Und dort wird sich einfach nur zeigen, wie funktioniert der Rechtsstaat. Es gibt ja überhaupt keine rechtliche Begründung, die nachvollziehbar ist, warum diese beiden Herren Sellner und Varoufakis in Deutschland nicht einreisen dürfen oder hier irgendwelche politischen Statements abgeben können. Und das noch unter EU-Recht. Also im Grunde ist das für mich so ein Ausdruck, kann man natürlich glossend drüber schreiben und sich ein bisschen drüber lustig machen, über diese Hilflosigkeit. Aber ich glaube, es ist auch schon so ein Signal für einen Neo-Autoritarismus, wie ich das nenne, der zunehmend auch unsere politischen Debatten und Strukturen bestimmt. Und wenn eine Regierung in der Lage ist, solche Sachen durchzusetzen, dann gefährdet sie tatsächlich auch die Grundrechte aller anderen Bürger, die unter anderen Bedingungen davon ja auch betroffen sein können. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, das stand auch in einem Bericht in der Neuen Zürcher Zeitung. Also minus das, was ich jetzt sehr interessant fand und wie Sie es erzählten, Herr Lüberding, ist mir der Fall Ernest Mandl auch wieder bewusst geworden. Stimmt, hatte ich nicht dran gedacht. Aber wenn wir das mal abziehen, stand alles auch schon so in der Neuen Zürcher Zeitung. Und ich erwähne das, weil es ein bisschen lustig ist. Denn die sagten da, ja, so in Deutschland, das wird da wirklich übertrieben, da mit den Einreiseverboten. Und ja, die Schweiz hat doch den Sellner auch nicht reingelassen. Der wurde ja gerade, als er sprechen wollte, ich glaube, das war im Kanton Aargau von der Polizei festgenommen und dann zurück an die Grenze. Also es ist nicht nur ein deutsches Ding. Die Schweizer machen es genauso. Es geht ja dann immer um öffentliche Sicherheit. Das ist ja das Zauberwort. Oh, er bedroht die öffentliche Sicherheit. Und mit genau demselben Argument ist etwas passiert, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen drauf kommen, und zwar in Brüssel. Das haben ja sicher alle mitbekommen. Da gab es eine Versammlung von Konservativen, die NetCon. Ja, da waren sehr prominente Gäste eigentlich vorgesehen. Vom ungarischen Viktor Orban bis auch der Nigel Farage war dabei. Und dann kam die Polizei, um einen Beschluss eines Bezirksbürgermeisters zu exekutieren, der da zuständig ist. Und natürlich ein vehementer Gegner dieser schlimmen, bösen Rechten. Der hat sich da in die Brust geworfen, hat gesagt, die sind hier nicht willkommen. Und dann hat die Polizei das Ding geschlossen. Also ich sage nur, auch das war ja alles im Namen der öffentlichen Sicherheit. Wolfgang Keudel, Sie haben das ja sicher auch mitgekriegt mit diesem Brüsseler. Ja, soll man sagen, Kasperle-Spiel, es ist zu harmlos. Da ist schon jetzt richtig was dahinter. Na, es ist schon was dahinter. Und das mit der öffentlichen Sicherheit. Wir haben das seit Jahren in Deutschland erlebt, dass etwa die AfD keine Veranstaltungsorte vermietet bekommt. Weil vorher schon der potenzielle Vermieter bedroht wird, unter Druck gesetzt wird. Und sich dann an die Behörden wendet, an die Polizei wendet. Sondern er sagt, hört mal zu, also wenn ich die jetzt hier einlade, dann schmeißen die mir mindestens die Scheiben ein. Was soll ich machen? Also entweder kündigt er den Mietvertrag oder er macht das bekannt. Und dann ist es nun tatsächlich eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, wenn so eine Veranstaltung potenziell gewalttätig angegriffen wird. Also ich glaube, dieses Element ist ganz wichtig auch zu berücksichtigen, dass dahinter oft auch physische Drohungen stehen, die dann von Antifa oder anderen Radikal-Linken in diesen Fallgruppen kommen. Ich weiß nicht, ob das in Brüssel auch der Fall war. Ich würde es nicht ausschließen. Ja, das war so. Das war schon die dritte Unterkunft gewissermaßen, die sie sich suchen mussten, nachdem die ersten beiden genau solchen Pressionen ausgesetzt waren, wie sie es gerade beschrieben haben. Ich glaube, es geht nicht nur um die Bedrohungen an die Vermieter, sondern es ist ja möglich, wenn die Antifa eine Demonstration ankündigt und es dann heißt, die Polizei kann die Veranstaltung nicht mehr schützen. Und auch dann kann man ja sagen, Sicherheit ist nicht gewährleistet, dementsprechend muss die Veranstaltung untersagt werden. Und wenn man so vorgeht, kann man ja in Zukunft alle möglichen Veranstaltungen absagen. Und ich bin sehr froh, dass ein Gericht das klargemacht hat in Brüssel und die Veranstaltung dann doch noch stattfinden konnte. Also, dass man zumindest den Eindruck hat, der Rechtsstaat funktioniert da noch und so ein Bürgermeister kann nicht seine linke Agenda durchsetzen und einfach die Meinungsfreiheit außer Kraft setzen. Es hat aber geholfen, dass die britische Regierung interveniert hat, weil ja mit betroffen war die Suela Bravermann, die ehemalige Innenministerin und die immer noch Parlamentsmitglied ist und ein führendes Mitglied der Tourist. Also, da musste auch von außen ein bisschen nachgeholfen werden. Also, es war eindeutig eine Nummer zu groß für diese lokale Sache, die der Bürgermeister da abziehen wollte. Aber ich denke mal, wenn es nicht so groß und so prominent, ich meine, Viktor Orban, amtierender Staatschef. Also, ich meine, wenn so jemand nicht mehr auftreten kann im Herzen Europas in Brüssel, dann haben wir ein Problem. Absolut. Und das, was meine Vorredner schon als Prozessheftigkeit geschildert haben, das ist ja auch der eigentliche Punkt. Also, natürlich war es in den vergangenen Jahrzehnten, war es ja eigentlich immer das Privileg eher rechter Politiker und eher von Politikern mit eher autoritären Vorstellungen über innere Sicherheit, solche Maßnahmen, auch ein hartes Vorgehen gegen angebliche oder tatsächliche Feinde der demokratischen Ordnung zu rechtfertigen. Und das Problem fängt ja in dem Moment erst an, wenn diese Mentalität quasi nicht nur im Polizeiapparat oder in gewissen Parteien sich durchsetzt, sondern sich über den Polizeiapparat, über andere Sicherheitsorgane bis in die Justiz hinein breitmacht. Das heißt, wenn wir da eine Situation haben, wo im Grunde dieses Machtgleichgewicht aufgehoben worden ist und dieser Neo-Authoritarismus sich dann dementsprechend auch politisch operativ durchsetzen kann, ohne großen Widerstand noch leisten zu können. Und das ist die eigentliche Bedrohung. Also, wir müssen eigentlich wieder lernen, solche Veranstaltungen und die Existenz solcher Veranstaltungen von den politischen Zielen der dort handelnden Personen zu trennen. Also, im Grunde ist denen ja in Brüssel dasselbe passiert wie dem Palästina-Kongress in Berlin. Und man muss ja nicht den jeweiligen politischen Standort teilen, um zu der Meinung zu kommen, dass es in einer offenen Gesellschaft sehr verständlich ist, dass beide Gruppen und beide Organisationen und beide Kongresse stattfinden müssen. Und zwar auch vom Staat geschützt, vor Übergriffen. Das finde ich jetzt interessant, dass Sie darauf kommen. Das war genau meine Idee, nämlich das jetzt noch ein bisschen zuzuspitzen. Varoufakis sollte ja auf einem Palästinenser-Kongress dieser Art sprechen. Und ohne, dass ich jetzt hier den einzelnen Meinungen vorgreifen will, aber ich denke, manches, was an diesen Palästinenser-Kongressen geäußert wird, ist unerträglich. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, messen wir mit gleichem Maße beide Sachen? Also ist das sozusagen gleichwertig? NetCon in Brüssel und Palästinenser-Kongress in Berlin? Schwierige Frage. Ich finde das ganz spannend, dass Sie das jetzt ansprechen, weil ich habe mir in letzter Zeit genau darüber Gedanken gemacht, ob wir in der konservativen Blase nicht genauso ohne Doppelmoral fallen wie die Linken. Weil wir haben den Fall von Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich gegen Israel geäußert haben. Ich möchte das nicht mit meinen Zwangsgebühren finanzieren, aber die haben den Job dann verloren. Und unsere Blase hat sich darüber gefreut und hat gesagt, richtig so. Wenn aber jemand von uns einen Job verliert, weil die anderen meinen, das wäre unerträglich, was er sagt, dann schreien wir auf. Wenn AfD-Veranstaltungen gestört werden und ich habe fast zehn Jahre nur unter Polizeischutz Auftritte machen können, dann war das okay für die Mehrheit in Deutschland. Jetzt trifft es die FDP und es ist nicht mehr okay für die Mehrheit. Es ist aber okay für unsere Blase. Die feiern das, wenn wir Videos sehen, wo Ampelpolitiker in Ausgebot werden und es nicht möglich ist, für die zu reden. Wir haben jedes Mal aufgeschrien, wenn das für uns in der AfD nicht möglich ist. Also eine gewisse Doppelmoral fahren wir schon. Ja, ich glaube, das ist dieses grundsätzliche Thema, diese vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft, die zunehmende Unfähigkeit, miteinander zu reden sowieso, einander zuzuhören, die Meinung des anderen zu dulden, diese zusehende Abkapselung, die Blase, die Sie erwähnt haben. Also man guckt gar nicht mehr aus der Blase heraus. Ich meine, ich bin der Meinung, man muss auch Unerträgliches ertragen können, solange es im Rahmen der Gesetze bleibt, solange da nicht von Gewalttaten ausgehen oder sowas. Und deshalb sollte der Palästinenser-Kongress genauso wenig gestört werden sollte wie die NETCON-Konferenz. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also was uns heutzutage ja fehlt, das sind Menschen, die einfach Grundrechte verteidigen. Und zwar unabhängig davon, welchen Inhalt deren Meinungsäußerung hat. Also meinetwegen kann jemand den größten Mist erzählen. Da kann ich mich mit denen drüber streiten oder sonst etwas oder lasse es, weil ich es für sinnlos halte. Aber es muss doch wohl möglich sein, dass Menschen ihre Meinung äußern, ohne deshalb Angst haben zu müssen vor irgendwelchen Repressionen oder Shitstorms oder ich weiß nicht was. Also wer sich aus dem Fenster lehnt, muss natürlich einiges aushalten. Das gilt, Frau Kota weiß das ja am besten von uns dreien wahrscheinlich. Die hängen ihre Köpfe aus dem Fenster und bekommen natürlich viel Gegenwind. Das ist völlig normal und das gehört halt zur Berufsbeschreibung dazu. Aber in diesen Mechanismus können ja auch Menschen fallen, die eigentlich eher unpolitisch sind, weil sie mal etwas Falsches gesagt haben oder sonst etwas. Und das ist das Charakteristikum dieses Neo-Autoritarismus, dass er die Grenzen immer weiter verschiebt. Und zwar immer weiter in Richtung einer selbstverständlichen Überzeugung, anderen Menschen ihre Meinung absprechen oder verbieten zu dürfen. Johanna Kota, Sie haben ja wahrscheinlich eben angespielt auf den Auftritt von Frau Strack-Zimmermann in Ravensburg, als Sie da berichteten, die sind ausgebucht worden. Meinten Sie das? Unter anderem auch. Das war jetzt so ein Anlass. Das ging ja durch die Twitterblase, was da alles passiert ist. Und ich kann die Wut auf diese Frau verstehen. Das Video, das nachher gekommen ist, wie sie einen Demonstranten fragt, wo er arbeitet, um ihn im Prinzip beim Arbeitgeber zu denunzieren, das schlägt dann fast wirklich den Boden aus. Und für eine liberale Politikerin geht das gar nicht. Die müsste eigentlich aus der FDP fliegen und keine Spitzenkandidatin sein. Also ich verstehe die Wut auf diese Frau. Aber ich habe mir dann auch überlegt, ist das okay, was da passiert? Ist das okay mit dem Ausbuhen? Weil als man mich ausgebucht hat, fand ich das auch nicht toll. Und die, die mich ausgebucht haben, fanden mich damals unerträglich. Und ich bin wirklich der Meinung, das, was eben auch gesagt worden ist, wir müssen lernen, einander wieder zuzuhören. Wir müssen lernen, wieder miteinander zu reden, um diese Spaltung, die in der Gesellschaft herrscht, zu überwinden. Ich denke aber, dass der erste Schritt von der Politik gemacht werden muss, weil die hat so viele Fehler in der letzten Zeit gemacht und sich für keinen einzigen entschuldigt. Und die müssen anfangen, den Bürgern wieder zuzuhören. Und dann müssen die Bürger aber auch bereit sein, Politiker auszuhalten, egal welche Meinung sie vertreten. Also man muss ja wahrscheinlich mal unterscheiden, Ausbuhen und vielleicht auch Trillerpfeifen und so etwas, das gehört ja zum Tagesgeschäft, sage ich mal, seit ewigen Zeiten. Also schon Helmut-Kohl-Auftritte sind mit Eierwürfen und mit allen möglichen Sachen begleitet worden. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man nachts den Politikern die Autos anzündet oder die Hauswände beschmiert. Das ist eine Spezialität, die natürlich vor allem die AfD zu spüren bekommt. Und natürlich möchte ich niemals, dass Sie zu sehr leiden unter buhenden Menschenmassen, Frau Cotar, aber wenn auch ein paar wutentbrannte Bauern dem Habeck irgendwie mal bis zum Anleger der Fähre entgegenkommen und ihn da ein bisschen hindern an seiner Bewegungsfreiheit, würde ich sagen, ja, ist unangenehm, aber ist noch okay. Kommt nichts und niemand zu Schaden dabei. Also ich walze das deswegen so ein bisschen aus, aber jetzt sind Sie natürlich gleich dran, weil dieser Auftritt von Marie-Luise Strack-Zimmermann da in Ravensburg, der hat ja was Bleibendes. Also da war ja mehreres dabei. Ich will auch noch schnell eins sagen, es war ja nicht nur sie, sondern es ist diese junge Dame, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, die ja einen bezaubernden Auftritt dahin gelegt hat. Die kam mir so ein bisschen pubertär vor, so ein bisschen wie eine Horror-Ausgabe von Lena Meyer-Landruth mit pubertärem Bewegungsmanagement, fuchtelte sie da mit überschnappender Stimme in der Luft herum. Das hatte was. Aber die ja doch sehr viel erfahrenere Kollegin Strack-Zimmermann, die hat, und das müssen wir wirklich genau erzählen, als es ihr zu bunt wurde, dann jemanden gefragt, wo arbeiten Sie? Sie hatten es ja gesagt, Frau Kotar, wo arbeiten Sie? Weiß Ihr Chef, dass Sie hier sind? Oder nein, wer ist Ihr Chef? Das hat sie als erstes gefragt. Ich habe dann auf Twitter oder auf X ein paar Antwortvorschläge gelesen. Ich finde, die beste Antwort wäre gewesen, ich bin der Chef. Die zweitbeste Antwort natürlich, mein Chef hat mich geschickt. Aber gut. Ja, jetzt sind Sie dran, um das mal zu charakterisieren. Diese Szene haben Sie sicher alle gesehen. Ja, aber ich meine, das ist ja schon so ein bisschen Selbstironie. Also Strack-Zimmermann kann sehr gut austeilen. Wer sehr gut austeilen kann, muss auch einstecken. Also wenn ich polemisch werde gegenüber einer Position, die ich nicht vertrete, dann darf ich mich nicht darüber wundern, wenn die entsprechenden Antworten, das gehört zum Spiel dazu. Das ist ja nicht das Problem. Und wer einmal zum Beispiel einen Norbert Blüm erlebt hat auf einer Gewerkschaftsveranstaltung oder einer IG Metall Kundgebung, wo dann die Kollegen und Kolleginnen ihn also wirklich gnadenlos ausgebucht haben, noch wegen der uralten Geschichten aus dem ersten Kohl-Kabinett, wegen den Veränderungen im Streikrecht, dann ist ein Norbert Blüm damals erst zu Hochform aufgelaufen. In der Regel sind ja die Lautsprecheranlagen auch lauter als diejenigen, die dort buhen und pfeifen und sonst etwas machen. Also wer austeilt, muss auch reinstecken können. Und das gehört eigentlich mit zum Handwerk. Das finde ich schon. Aber diese Idee von Frau Strack-Zimmermann, jemanden zu fragen, so nach dem Motto, weiß Ihr Chef da was davon. Und das kann ja nur bedeuten, wir werden bei diesem Chef anrufen und wir werden uns darum kümmern, dass der es sich nicht mehr wagt, einen Menschen wie Sie hier einzustellen. Das schlägt wirklich den Fass im Boden aus. Das muss man eigentlich was sagen. So ein Satz wäre, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Also sie scheint das für einen selbstverständlichen Umgang zu halten. Frau Strack-Zimmermann ist ja auch sehr aktiv, wenn es darum geht, Meinungsäußerungen auf ihre Strafbarkeit hin überprüfen zu lassen. Ja, 250 Anzeigen in einem halben Jahr, habe ich gelesen. Ja, genau. Und das kann sie auch alles gerne machen. Aber das ist natürlich genau der Punkt. Also sie ist natürlich jemand, die gerne austeilt, aber nicht einstecken will. Und dann kommt sie noch auf die Idee, ihren politischen Einfluss nutzen zu wollen, um Menschen ihr Leben zu versauen. Also da hört es jetzt wirklich auf, ob sie nun liberal ist, konservativ, sozialdemokratisch, kommunistisch oder ich weiß nicht was. Das wäre mir völlig wurscht. Und das zeigt aber, welche atmosphärischen Veränderungen in den letzten Jahren hier eingerissen sind. Weil das gab es natürlich auch schon während der Flüchtlingskrise. Da machte irgendjemand 2015 kritische Bemerkungen, die mögen doch so unsinnig gewesen sein. Und da fing es ja an, dass dann Leute sich beim Arbeitgeber meldeten und sagten, hier, haben Sie das gelesen, was in den Social Media dieser Mensch geäußert hat? Und es dann tatsächlich auch zur Entlassung kam. Also das ist so die Entwicklung der letzten zehn Jahre. Und die müssen wir dringendst wieder rückgängig machen. Wir müssen auch diese Strafbarkeit von Propagandadelikten wieder rückgängig machen. In den letzten 10, 15 Jahren gab es auch einige Gesetzverschärfungen. Und das ist genau der Punkt, wo ja das rechtliche Korsett geschaffen wird, um solche Meinungsäußerungen auch zu sanktionieren. Frank Lüberning sagt auch dauernd wir. Schreiben Sie auch noch ein Buch darüber. Ja, eine gute Idee. Also die Bild-Zeitung, die hat ja zu diesem Kasus eine tolle Formulierung gehabt. Agnes Strack-Zimmermann wehrt sich gegen Pöbler. Wolfgang Keudel. Sie haben vorhin gesagt, Strack-Zimmermann ist ja sehr viel erfahrener als diese junge 24-Jährige. Ich wage zu bezweifeln, dass sie Erfahrung hat im Kontakt mit dem Bürger auf einem Marktplatz. Und dass sie wahrscheinlich auch völlig überrascht wurde von dieser Art von Majestätsbeleidigung. Also das muss ja auf sie wirklich gewirkt haben, wie Majestätsbeleidigung. Wie erdreisten sich diese Leute, mir nicht zuzuhören und mir zu widersprechen. Und ich stimme zu, natürlich Politiker müssen auf Bürger hören. Aber wenn sie es nicht tun, auf normale Gespräche zu hören, auf normale Anliegen zu hören, muss man eben lauter werden und dann die Drillerpfeife in den Mund stecken, auch wenn sie sagt, die Leute seien zu doof, das zu machen. So, jetzt waren wir schon streifweise bei den verschiedenen Maßnahmen zur AfD-Verhinderung. Johanna Cotar hat da schon angehoben. Und ich mache mal gleich weiter, weil das kann man ja jede Woche als Litanei quasi runterbeten. Aber diese Woche, jetzt gibt es was ganz Besonderes, was Feines, nämlich den Prozess gegen Björn Höcke. Weil er einen Satz gesagt hat, und wir haben es schon letzte Woche hier mit einem Germanisten besprochen. Und viele Leute wissen, und ich auch nicht, dass das ein ganz, ganz schlimmer Nazi-Satz ist. Also wir sind da ja im Bereich einer Symbolpolitik, die ja schon irre ist. Also der Satz, alles für Deutschland. Übrigens an der Stelle muss ich unbedingt eine Referenz loswerden vor dem Kollegen Michael Klonowski, denn der hat formuliert Allah für Deutschland. Das ist natürlich unüberbietbar. Aber davon abgesehen jetzt, dieser Satz, alles für Deutschland, weiß irgendjemand in unserer Runde, dass das ein Zeichen ist, dass man der Nazi-Ideologie huldigt? Nein. Ich habe den Fehler selber mal gemacht auf Facebook und dann wurde ich darauf hingewiesen und dann habe ich das schnell gelöscht. Also mir war das vor Lagerzeit auch nicht bewusst. Danach war es mir bewusst. Also ich wusste das nicht. Ich glaube, ich habe ein recht profundes historisches Wissen, aber ich bin jetzt kein Experte für SA-Uniform. Und ist eigentlich irgendjemand, was auf den Koppelschlössern der Wehrmacht stand? Ja, da stand nämlich auch was. Klären Sie uns auf. Ja, mit Gott stand da drauf. Jetzt könnte man natürlich sagen, also die Wehrmacht war ja nicht ganz unschuldig an einigen Kriegsverbrechen oder so etwas, dass der Satz mit Gott jetzt auch verboten werden muss, weil die Wehrmacht ja auf den Koppelschlössern ihrer Soldaten das hatte. Etwas anderes war bei der Waffen-SS, da stand dann zum Beispiel drauf, unsere Ehre heißt Treue. Und bei der Bundeswehr, so habe ich mich im Vorfeld der Sendung damit vor mir, steht wohl Einigkeit, Recht, Freiheit. Also der Punkt ist ja, dass dieser Satz Alles für Deutschland ja nicht so im öffentlichen Bewusstsein ist wie Arbeit macht frei. Es gibt ja Nazi-Slogans oder Entlösung und so etwas. Es gibt ja Nazi-Formulierungen, die eindeutig sind. Die kennt auch jeder, weil die auch in der öffentlichen Rezeption eine entsprechende Rolle gespielt haben. Aber der Satz Alles für Deutschland, selbst für jemanden, der historisch interessiert war, war es ja nicht selbstverständlich, dass er wusste, wo der noch zu finden war. Natürlich, ich habe jetzt mir ein Interview mit Höcker angehört, was der Kollege von der Weltwoche, Roger Köppel, gemacht hat. Und die Erklärung, die Höcke da für diese Aussage gab, die hörte sich für mich erstmal plausibel an. Aber das ist halt ein Teil dieser ganzen Struktur, dass man meint, man könnte jemanden wie Höcke politisch bekämpfen, indem man ihn für so etwas vor Gericht zieht. Und das ist einfach absurd. So absurd, wie das Antisemitismusverfahren gegen den Bhakti absurd war und viele andere vergleichbare Verfahren, die heute mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gemacht werden. Ich denke ja nur an diesen bayerischen Unternehmer, der irgendein Plakat auf seinem Firmengelände aufgehängt hat und dann wegen Beleidigung auch von der Staatsanwaltschaft verklagt worden ist, aber wurde am Ende freigesprochen. Dass solche Verfahren überhaupt möglich ist, sagt ja einiges über unser derzeitiges Klima aus. Wolfgang Keudel. Alles für Deutschland ist eindeutig eine Farce, aber ich habe schon ein paar Bedenken, was Höckers Zitate betrifft. Er ist ja eindeutig kein dummer Mensch, sondern ein ziemlich kluger Mann, der auch mit der deutschen Sprache umzugehen versteht. Und als solcher verwendet er ja gerne sehr doppeldeutige Zitate. Das Denkmal der Schande ist eindeutig doppeldeutig. Hätte er gesagt, das Denkmal unserer Schande wäre es eindeutig gewesen. Die 180-Grad-Wende hängt so auch ein bisschen in der Luft und kann so oder so gedeutet werden. Also es ist ein bisschen das, was im Englischen Dog Whistle Politics heißt, das ist also die Hundepfeife, die nur auf bestimmten Frequenzen hörbar ist. Also dass er damit eine bestimmte Zuhörerschaft ansprechen möchte. Ich will es ihm nicht unterstellen, aber es könnte natürlich sein, die sehr wohl weiß, was er damit auch gemeint haben könnte. Also er schreibt sich das auch mit selber zu. Oder auch in diesem sogenannten Streitgespräch bei Welt TV, wo er ja ganz, ganz schlimm ins Schwimmen kam, mit dem Zitat über Aydan Özoguz, die nichts in Deutschland verloren hätte. Da war er mal sehr eindeutig und konnte sich nicht mehr rausreden. Und an diesem Zitat gibt es nichts zu deuteln. Also das ist eindeutig, die soll weg. Was ich damit sagen will, also er schreibt es sich ja auch mit selber zu, weil er wahrscheinlich bewusst diesen feinen Grad beschreitet, um weder die eine noch die andere Seite zu verlieren. Ich habe eine klare Meinung über Björn Höcke. So wie Sie Höcke beschreiben, so nehme ich ihn auch wahr. Also in der Dresden-Rede war nicht dieses Zitat mit dem Denkmal der Schande das Problem, sondern das, was er in Anschluss sagte. Also er hatte sich dann wirklich in die Perspektive eines Nazis am Kriegsende hineinfantasiert und hat dann gesagt, also all das, was diese Nazis befürchtet haben, diese Perspektive, das wäre ja später eingetreten. Also seitdem habe ich eine klare Meinung, in welche politische Richtung ich Björn Höcke einordnen muss. Nur der entscheidende Punkt ist ja, jetzt wieder der juristische Umgang damit. Also mit solchen idiotischen Verfahren, um das mal ganz klar zu sagen, mache ich ja eher noch Werbung für Björn Höcke, weil das alles überhaupt nicht überzeugend ist. Ich kann eine politische Auseinandersetzung mit einer These, die mir nicht gefällt oder mit einer politischen Meinung, die mir nicht gefällt, nicht vor einem Gericht aushandeln. Und das ist genau der entscheidende Punkt. In einer anderen Struktur kann das auch in Zukunft ganz andere Menschen betreffen. Also die Linken, die das alles für toll halten und vor dem Gericht dann dementsprechend gegen Höcke protestieren, die könnten dann unter einer anderen politischen Konstellation irgendwann mal auch vor Gericht stehen. Und das ist das grundsätzliche Problem. Unabhängig davon, wie man diese Aussage von Höcke ganz konkret bewertet oder unabhängig davon, welche rhetorischen Fähigkeiten man ihm zuschreibt. Also ich würde diesen Problemkreis, an dem wir hier gerade so herumkneten, aufdröseln in zwei oder drei Ebenen sogar eigentlich. Das eine ist die Frage, wer ist Björn Höcke wirklich? Die Frage, die können wir hier nicht klären. Natürlich können wir sie besprechen und jeder hat dazu seine Meinung. Das Zweite ist dann die Frage, ist das nicht völlig idiotisch und kontraproduktiv? Das hat Frank Lüberding ja gerade gesagt, dass man durch solche Verfahren natürlich eher noch Werbung macht, weil jedem die Wucht, das an den Haaren herbeizuziehen, dadurch so klar wird, dass also eher sozusagen aus Gerechtigkeitsempfinden heraus Sympathie entsteht. Und das Dritte, und das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, das ist die Zeichenhaftigkeit, die mittlerweile überall einzieht in der öffentlichen Debatte und die also einen Raum der Willkür eröffnet. Frank Lüberding hat ja immer vom Neo-Autoritarismus gesprochen. Das gehört dazu. Also schon Autokennzeichen, die aus Versehen irgendwie 8-8 hinten haben, dann wird man verdächtigt, vielleicht doch ein Nazi zu sein. Dann gab es diese Sache mit dem Z. Sie erinnern sich, das pure Zeigen eines Z sollte in Deutschland verboten werden, ist sogar, glaube ich, strafbar, wurde von irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden in Hamburg geahndet, weil irgendjemand ein Z an sein Auto geklebt hatte. Ich frage mich, wie machen es dann die Leute in Zwickau oder wo haben die Kennzeichen Z? Also ganz verrückt alles. Und dazu jetzt zum Beispiel die Fußballtrikots da mit der Nummer 44 werden aus dem Verkehr gezogen, weil die 4 so ein bisschen aussieht wie das rudenden SS. Und dann hat man da schon wieder Probleme. Also es ist ein Bereich von Willkür, weil ja jedes Zeichen naturgemäß mehrdeutig ist. Ich glaube, man braucht bald irgendeinen Doktortitel, um noch nachzuvollziehen, was jetzt alles verboten ist in Deutschland, welche Kombinationen man nicht benutzen darf, um nicht in den Verdacht zu geraten, man sei Nazi. Das ist alles kontraproduktiv. Dadurch, dass es so viele Menschen trifft, die das gar nicht böse meinen und gar keine radikalen Ansichten haben, fängt man an, sich drüber lustig zu machen und es nicht mehr ernst zu nehmen. Und dadurch sind diejenigen, die dann wirklich problematisch sind und das wirklich auf eine Art und Weise kommunizieren, das Problem ist dann völlig aus dem Gedanken. Dann kümmert man sich nicht wirklich um die wirklich heftigen Probleme, die wir dann haben. Ja, jeder Einzelne kann es treffen und dadurch verlacht man es. Dadurch nimmt man es nicht mehr ernst. Und ich glaube auch dadurch, dass alles Nazi-Zeit ist. Und jeder ist Nazi, der irgendetwas sagt, haben die Schrecken der wirklichen Nazi-Zeit bei den jungen Leuten komplett die Bedeutung verloren. Wenn das heißt, ja, Nazi ist jemand, der gegen den Euro ist und die Windkraft nicht ausbauen möchte und für Atomkraftwerke ist, dann haben die jungen Leute einfach keine Ahnung mehr, was die Nazis wirklich sind. Und dadurch, dass sie es so überziehen und es nicht mehr ernst genommen wird, glaube ich, macht man einen Riesenfehler in Deutschland. Aber wenn sie es so haben wollen, dann finden sich die Leute halt auf der Verteidigungslinie von Höcke und von all den anderen Leuten. Übrigens, das fällt mir auch noch ein, Frank Lüberding hat ja gerade einen super Coup gelandet, als er uns alle gefragt hat, ob wir wissen, was eigentlich auf diesen Koppelschlössern da stand. Etwas anderes steht am Gebäude jenes Landgerichts, wo jetzt dieser Prozess stattfindet. Das haben Sie wahrscheinlich jetzt auch schon in der Presse oder in Videos gesehen. Ich war auch sehr erstaunt, als ich da eine Aufnahme gezeigt bekam. Da steht nämlich wirklich an diesem Gebäude jedem das Seine. Das ist ja nun der Spruch, der über Buchenwald am Eingang stand. Ich meine, manchmal ist es Karma, nicht? Ja, nun ist es ja schon richtig, dass die Nazis die deutsche Sprache vergewaltet, verfälscht, verdreht, beschmutzt haben. Also auch solche Begriffe wie Treue, Ehre, Vaterlandsliebe, die sind ja nachhaltig beschmutzt oder vergiftet worden. Gut, also auch jedem das Seine stammt darüber. Das ist ähnlich auch wie alles für Deutschland. Jedem das Seine ist auch mehr als ein Allerweltspruch, sondern das ist halt schon ein juristischer Grundpfeiler des Rechtsstaates, der auf Platon zurückgeht. Christoph Mörgeli von der Weltwoche hat unendlich einen hübschen Kommentar geschrieben, der sagte, der üble Nazi-Bürgermeister von München zwischen 1933 und 1945, der hat exakt dieselben Worte verwendet, die der jetzige SPD-Oberbürgermeister Reiter auch regelmäßig verwendet, nämlich Ohrzapftes. Ja, aber ich denke mir, ein Aspekt ist natürlich diese zunehmende Symbolisierung. Ich meine, in einem Land, wo man tatsächlich darüber spricht, ob es 98 Geschlechter gibt, spielt so bolig natürlich eine extreme Rolle. Das merkt man ja auch. Also das durchzieht ja nicht nur diese Diskussion, sondern alle anderen. Also das ganze Selbstbestimmungsrecht oder so etwas ist ja ohne diese neue Form postmodellener Diskurse gar nicht zu denken. Und deswegen ist das, was wir dort jetzt im Rechtsstaat erleben, das ist natürlich besonders problematisch, aber ist das ja nur die Spitze des Eisberges eigentlich. Also wie sich unsere Diskurse und unsere Systeme der Kommunikation komplett verändert haben. Das eigentliche Problem ist ja, ich bin jetzt 60 Jahre alt, also ich bin auch in einer anderen Gesellschaft sozialisiert worden, analog. Wir wissen noch, wie es früher war, aber diejenigen, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, die kennen ja eigentlich gar nichts anderes mehr. Wir hatten angefangen mit den vielen Verhinderungsmöglichkeiten und Wünschen gegenüber der AfD, die sich da jeden Tag und jede Woche in der Politik und an anderen Stellen artikulieren, in den Medien zumal. Und mir ist eine Sache untergekommen, und zwar dank dem, ich muss es an der Stelle mal lobend erwähnen, hervorragenden Blog von Alexander Wallasch. Der hat hingewiesen auf eine kleine Seite, also bis jetzt habe ich sie noch nicht so regelmäßig zur Kenntnis genommen, den Verfassungsblog, eine eindeutig linke Aktion, die sich Gedanken darüber machen, wie man also jetzt das, was die amtierende Regierung in Thüringen oder auch Sachsen oder wo immer es noch keine AfD gibt, aber möglicherweise dann bald eine starke AfD vielleicht auch an die Regierung geben könnte, wie man die Institutionen rechtzeitig noch so umbiegt, dass die das nicht dann machen können, was bis jetzt Gang und Gäbe war. Johanna Kutter, haben Sie diesen Artikel gesehen? Ja, ich habe den Artikel gelesen. Hat mich auch nicht gewundert, weil wir erleben, dass ja in den Parlamenten die ganze Zeit, dass Regeln geändert werden, nur damit die AfD keinen Vizepräsidenten bekommt oder keinen Vorsitz bekommt. Die Geschäftsordnung der Parlamente sagt etwas ganz Konkretes aus und sie halten sich einfach nicht mehr dran. Deswegen wundert es mich nicht, dass in den Bundesländern, wo die AfD jetzt droht, stärkste Kraft zu werden, dass sie jetzt alles versuchen, das dann so klein wie möglich zu halten und all die Vorteile, die sie haben und all das, was sie bestimmen können, der AfD nicht zugestehen wollen. Wir sehen das auch in anderen Themengebieten. Beim Thema Chatkontrolle möchten sich die EU-Innenminister ausnehmen, alle anderen sollen überwacht werden. Das ist das Selbstverständnis dieser Leute. Das hat mit Demokratie, wie wir es kennen, nichts mehr zu tun. Aber es gibt noch einen Punkt, den Sie, glaube ich, noch nicht erkannt haben. Mit der Zunahme repressiver Maßnahmen, Überwachungsmethoden, Vorschriften, Einengungen, wird ja ein Instrumentenkasten ausgestattet, den auch diejenigen dann übernehmen könnten, die im schlimmsten anzunehmenden Fall unserer Mainstream-Parteien dann die Macht übernehmen. Also angenommen, es käme dann eine AfD-Regierung, die hat den perfekt ausgestatteten autoritären Instrumentenkasten in der Hand. Das kapieren die nicht, ne? Das kapieren die überhaupt nicht. Ich merke das ganz oft, wenn ich Schüler im Bundestag zu Gast habe und die sagen, sie sind völlig okay damit, dass die Regierung ihr Handy überwacht, weil sie wären einverstanden mit der Regierung. Das wäre nicht so schlimm, wie wenn das amerikanische Unternehmen machen. Und dann frage ich mal so nach der politischen Präferenz und dann sind die rot oder grün und dann sage ich, okay, in vier Jahren regiert die AfD und die spioniert ihre Handys aus. Ist das immer noch okay? Und dann fangen die an, nachzudenken. Also sie haben völlig recht, das ist denen gar nicht bewusst, dass andere das auch ausnutzen können. Eines muss man dazu sagen, also der Verfassungsblock ist natürlich eine absolut seriöse und gute verfassungsrechtliche Plattform. Also da werden häufig gute inhaltliche Themen diskutiert. Die Meinung muss man ja nicht teilen, aber man sollte also das nicht jetzt irgendwie als so ein Kampagnentool der Linken betrachten. Ich habe mir auch dieses Projekt mal angeguckt, das sind ja 38 Seiten, wo sie ihre Thüringen rechtsstaatliche Resilienz in Thüringen stärken. So heißt das Ding, ja. Und da muss man sich die einzelnen Maßnahmen ja mal angucken. Also sie versuchen natürlich in irgendeiner Form der AfD, das stärkste Partei in Thüringen, das Leben schwer zu machen. Aber sie werden der AfD das Leben nicht schwer machen, indem sie irgendwie versuchen, Mechanismen einzuziehen, damit die Landeszentrale für politische Bildung so funktioniert, wie sie bisher funktioniert oder nicht funktioniert, das kann ich gar nicht beurteilen. Letztlich ist das ein Grundirrtum dieses Thüringen-Projektes, eine falsche Wahrnehmung von Ungarn. Also Orban ist sich dadurch so eine dominierende Kraft in Ungarn geworden, weil er jetzt in irgendeiner Form ganz clever das Recht in Ungarn zu seinen Gunsten gebrochen hat, sondern weil er es geschafft hat, mit seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik und einer guten Parteiorganisation der Fides, der Fläche in Ungarn, eine strukturelle Mehrheitsposition zu bekommen. Die Linken, die meistens in Budapest sitzen, nicht knacken können. Das ist der eigentliche Grund für die Stärke von Viktor Orban. Und da sind da manche Sachen, diese Handlungsempfehlungen, die sind ja schon fast kurios. Also zum Beispiel geht es um den Verfassungsgerichtshof oder um die zukünftige Stellung von Polizeipräsidenten als politische Beamte. Ich glaube auch an CDU-Ministerpräsidenten in Thüringen, will nicht die politischen Restbestände eines Bodo Ramlo einfach so übernehmen. Und dann kommt dann zum Beispiel auch die Idee, die geheime Wahl bei der Ministerpräsidentenwahl abzuschaffen. Also Heidesmonis hätte das sicherlich unterstützt. Jeder kennt ja noch diesen Fall, wo sie damals von dem sogenannten Heidemäuder zur Stärke gebracht worden ist in Kiel. Aber das sind ja alles unausgegorene Dinge, die dort zum Teil formuliert werden. Und die, wenn man sie umsetzte, an die auch eigentlich keine andere Partei, außer vielleicht die Linke, echtes Interesse haben kann. Also damit wird man die AfD nicht aufhalten. Das ist so sicher wie das Arme der Kirche. Und zeigt eher so die Hilflosigkeit im Umgang mit der AfD. Was soll das Problem sein, wenn die AfD zum Beispiel in Zukunft die Besetzung, weil sie mehr als ein Drittel der Abgeordneten im Thüringer Landtag hat, wenn es dann Krach gibt um die Besetzung der Richterstellen im Verfassungsgerichtshof? Ja, da muss man die AfD einbinden, ob es einem gefällt oder nicht. So funktioniert Demokratie. Ja, so sollte sie funktionieren. Schauen wir mal. Ja, also Ihr Wort in unser aller Öhrchen, lieber Frank Lüberding. Ich bin nicht ganz Ihrer Auffassung, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das hier loszuwerden, aber trotzdem glaube ich, dass dieser Verfassungsblock nicht ganz so reputierlich dasteht, wie Sie es jetzt gesagt haben. Ich halte es wirklich für eine linke Vorfeldorganisation. Das ist auch in Ordnung. Ich habe auch nichts gegen rechte Vorfeldorganisationen. Das ist auch in Ordnung. Hauptsache, die haben relevante Argumente anzubieten. Ja, das gilt genauso für LTO, Legal Tribune Online. Das ist auch so ein Juristenblog. Sehr gut gemacht, muss man auch sagen. Auch volle Argumente, hochinteressant, aber natürlich mit eindeutigem Linksdrall. Und dort habe ich vor einiger Zeit etwas gelesen, was mich nun wirklich so ein bisschen schaudern machte, nämlich da ging es um den Bundeszwang. Und wenn ich nicht aus anderer Quelle vorher schon gehört hätte, dass bei der Bundespolizei mittlerweile schon Planungen angestellt werden sollen, was passiert, wenn eine AfD-Regierung in Thüringen sich, sagen wir mal, gewissen Diktaten widersetzt oder Ausschaffungen macht oder was auch immer, dass dann schlicht und einfach ein Paragraf, der noch nie zur Anwendung kam in Deutschland, gezogen wird. Das steht im Grundgesetz der Bundeszwang. Das bedeutet, dass man in ein Land einmarschieren kann, dass man, und das Wort Zwang ist wörtlich zu nehmen, die dortige Landespolizei mit der Bundespolizei entmachtet. Und ja, ich wage nicht mir vorzustellen, was dann in Sachsen oder in Thüringen wirklich los wäre, aber, dass darüber schon spekuliert wird und dass eben in diesen Blogs schon sehr, sehr ausgefeilt geschrieben wird, wie man das legalistisch hinkriegt, quasi ein Bundesland zu besetzen, das hat schon was Erschreckendes. Ich glaube, es ist Teil einer breit angelegten Tampagne, Panik und Angst bei den Wählern zu schüren. Das wird auch natürlich veröffentlicht, damit bei Wählern ankommt, um Himmels Willen, was kann da alles passieren, wenn ich so dumm bin und jetzt mein Kreuz bei der AfD mache. Das ist der Prozess gegen Höcke. Selbst so eine Lappalie wie dieser Dummkopf in Thailand, den die Bild-Zeitung tagelang da auf die Titelseite gehoben hat. Und das ist auch diese massive Kampagne der Beeinflussung der Wähler, Finger weg von dieser Partei, da kann Bürgerkrieg in Thüringen kommen, bleibt nur weg davon. Ich glaube, das steht im Moment noch dahinter in erster Linie. Ist das nicht fabelhaft, dass die Bild schon Fotos hat vom medizinischen Personal, das diesen Typen versorgen musste? Wie kommt man denn da so schnell dran? Das finde ich ganz erstaunlich. Ein paar Bart gehen einen langen Weg. Ja, aber zum Beispiel solche juristischen Spekulationen, zum Beispiel die Anwendung des Bundeszwangs, kann ich mir im Ernst nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll, aber das zeigt natürlich die Wahrnehmung der AfD und dahinter verbirgt sich ein ganz gravierendes Problem, dass man einfach die AfD nicht als eine rechte, aber normale Partei zur Kenntnis nehmen will. Also irgendwie muss man ja mit denen umgehen und mit dem Bundeszwang wird das ganz sicherlich nicht funktionieren. Es gab ja ähnliche Dinge tatsächlich schon damals in der Weimarer Republik in Thüringen und Sachsen, da wurden allerdings linke Regierungen abgesetzt vom Reich und diese fehlende Gelassenheit beim Umgang mit der AfD führt natürlich zu solchen spekulativen Ansätzen und das Ganze drückt dann diese Mentalität aus, die nicht in der Lage ist, einfach die Wirklichkeit wahrzunehmen. Also du musst ja in irgendeiner Form vernünftig mit der AfD umgehen, dem wird niemand entgehen können auf Dauer. Sie lernen es aber auch nicht. Also wenn es Ziel ist, die AfD zu verhindern und sie versuchen es seit zehn Jahren mit der gleichen Strategie und das Ergebnis ist die AfD für den allen ostdeutschen Bundesländern, dann würde ich mir ja mal eine andere Strategie überlegen. Aber die machen einfach weiter und eskalieren bis zum Gehtnichtmehr und wundern sich, wenn die Wähler sagen, Leute, ihr seid einfach nicht mehr ernst zu nehmen, natürlich will ich die AfD. Ja, das ist ja der Punkt. Man hatte uns ja auch versprochen, bei diesem großen Thüringer Duell wollte die AfD und Höcke inhaltlich stellen. Ich habe zwei Spitzenkandidaten von zwei Parteien, vor einer Wahl, dann möchte ich von beiden wissen, was ist eure Meinung zu diesem Problem, zu dieser Sachfrage, zu jener, möchtet ihr die Steuern erhöhen, wollt ihr hier kürzen, wie ist es mit dem Heizungsgesetz, da findet ja in diesem Duell nichts davon statt und es war immer nur, Herr Höcke, wieso haben Sie das gesagt, was haben Sie da eigentlich gemeint und es findet auch sonst nicht statt, es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung, wahrscheinlich weil man sie fürchtet, weil man ja dann der AfD die Bühne bieten müsste, dass sie einem großen Publikum darlegen kann, was ihre konkreten Vorstellungen zu relevanten Sachfragen in der Politik sind. Ja, das Grotesk an dem Interview war ja, alles was dort diskutiert wurde, wird in Thüringer Landtagswahlen überhaupt nicht entschieden. Also, das war ja im Grunde so eine Art Ersatzhandlung für eine Debatte, die im Grunde auf Bundesebene stattfinden müsste, also meinetwegen zwischen dem Bundeskanzler und Alice Weidel und genau das findet ja nicht statt. Also, das war ja schon immerhin der erste gelungene Versuch, überhaupt in eine Kontroverse hineinzukommen und es war ja zum Beispiel am Anfang, als es um die Rolle der EU und so etwas ging, war das ja schon ganz interessant. Also, da wurde ja auch schon deutlich, welche inhaltlichen Auffassungsunterschiede es zwischen beiden gab und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Jetzt haben wir so viel über die AfD geredet, jetzt müssen wir mal über die viel größere, bedeutendere und schönere Partei namens CDU reden, denn die hat sich ja ein Grundsatzprogramm gegeben und wenn ich es richtig lese, dann ist der Kern eigentlich, dass es doch jetzt vielleicht ein Problem gibt, den Islam als zu Deutschland gehörig zu bezeichnen, also ein angepasster Islam natürlich, der würde zu Deutschland gehören, das heißt aber ein nicht angepasster Islam gehört haben, also nicht zu Deutschland, also das ist jetzt die Zauberformel, die sie wählen müssen, wenn sie CDU wollen. Absolut, es ist ein bisschen peinlich. Ich finde es wirklich tragisch, was mit der CDU passiert. Jeder hat gedacht, naja, der Merz, der verschiebt sie jetzt doch ein bisschen nach rechts und genau ihr Gegenteil ist passiert. Die sagen irgendetwas, dann gibt es einen Aufschrauf von Leuten, die die CDU nie wählen würden und schon kippen sie um. Und jetzt versuchen sie so einen wachsweichen Kompromiss zu machen und zu zeigen, naja, so ganz sind wir nicht umgekickt, aber dann doch ein Kotau vor den ganzen Empörten zu machen, wie die gesamte CDU-Politik im Moment einfach nicht überzeugend. Was mir von der CDU einfach mal fehlt, ist eine Entschuldigung für die Merkel-Jahre an die Bürger und einfach mal sagen, das war nicht in Ordnung, es sind Fehler gemacht worden, wir starten jetzt neu durch. Und solange das nicht kommt, für die Merkel-Jahre, für die Corona-Zeit, für all das, kann ich es nicht ernst nehmen, was von der CDU kommt. Völlig d'accord. Und was das CDU-Programm angeht, es gibt diesen alten Spruch, als Recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die keiner kann und auch nicht die CDU. Ich sehe das alles viel entspannter, also ich habe muslimische Freunde mit türkischem Hintergrund, also die sind auch religiös und natürlich gehört in der Hinsicht der Islam heute zu Deutschland viel mehr als noch vor 50 Jahren. Das sind deutsche Staatsbürger, das ist eine völlige Selbstverständlichkeit, die sind auch häufig deutscher als ich, sehr diszipliniert, sehr fleißig und ich weiß nicht was alles. Und möchten die zu 66 Prozent die Scharia lieber auch zum Teil mit eingewandert ist. Die wir auch bemerken, zum Beispiel in der dritten Generation, wo die erste und zweite Generation vielleicht noch ganz anders drauf war, die wollten einfach nur ein besseres Leben haben. Für die war Religion auch nicht viel mehr wie für uns das Christentum. Man ist halt noch dabei, aber nimmt das alles nicht mehr ganz zu ernst. Und das ist die eigentliche Entwicklung. Wie geht mit mit einer islamistischen Ideologie um, die offensichtlich einer Gesellschaft, in der wir leben, entgegensteht. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Und die CDU ist einfach nicht in der Lage, das gilt allerdings auch für andere Parteien, dort eine klare Unterscheidung und eine Abgrenzung zu machen. Die erste Generation ist ja eingewandert vor 1979. Und da gab es keine nennenswerte islamistische Ideologie irgendwo in der islamischen Welt. Der Bruch gibt es einen Staat, der eine islamistische Ideologie predigt. Es gibt eine islamistische Gegenbewegung in Saudi-Arabien. Die Zeitenwende war 1979. Die Türken, die vorher eingewandert sind, kamen aus einem laizistischen Staat, in dem die Religion im Privatleben praktiziert werden konnte. Also das hat sich ja auch geändert. Genau, aber das ist ja einfach wichtig, auch gleichzeitig den Menschen, die schon sehr lange leben, in der zweiten, dritten Generationen, unabhängig davon, welchen politischen Mumpels sie ja zum Teil erzählen, denen auch das klare Signal zu geben, ihr seid jetzt hier und es ist auch gut so, dass ihr hier seid. Aber es ist natürlich eine ganz andere Frage, ob wir natürlich eine Politik machen wie nach 2015, wo wir einfach eine Million Menschen reinlassen und eine Einwanderungspolitik machen, ohne Sinn und Verstand. Also natürlich kann man als Staat darüber entscheiden, wer soll in dieses Land kommen und wer nicht. Und die müssen hinkriegt, dort eine klare Grenze zu ziehen. Viele konservative Muslime wählen wahrscheinlich lieber Friedrich Merz als Frau Anna Lena Baerbock. Aber ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich denke, dass die Moslems, die hier integriert sind, zu Deutschland gehören. Aber wir machen doch auch nicht so ein Fass auf, wenn es um die Hindus geht oder um die Buddhisten geht und sagen, der Buddhismus gehört zu Deutschland. Wir sind ein christlich-jüdisch geprägtes Land, Punkt aus, Feierabend. Und alle, die hierher kommen, hier arbeiten und sich integrieren und an etwas anders glauben, die sind hier willkommen. Aber ihre Religion ist schon gleichwertig zu anderen, aber ist in unserem Kulturkreis eben nicht so etabliert wie die christlich-jüdische. Und da müssen wir auch nicht sagen, es gehört dazu oder nicht dazu. Für mich ist das die Selbstverständlichkeit, dass wir ein christlich-jüdisches Land sind und andere als Gäste aufnehmen, die hier leben können, sehr gerne sich integrieren können, aber bitte nicht so ein Fass aufmachen. Und bei den Hindus gehört es, glaube ich, nicht zum Kernbestand der Religion, die ganze Welt erobern zu sollen und zu müssen. Also ich fasse mal so zusammen, was ich jetzt gehört habe. Die Atatürk-Zeit ist zu Ende, aber die Merkel-Zeit dauert noch an. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich würde einmal noch ganz schnell in die Runde werfen. Baerbock in Israel, Scholz in China, Habeck in Kiew. Worüber wollen Sie noch einen Satz verlieren? Sie haben noch vergessen, es ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt. David Cameron, Lord Cameron, auch in Israel zur selben Zeit, der ist ja genauso abgefertigt worden. David Cameron in den USA, bei Trump in Mar-a-Lago und dann in Washington, um das Rettungspaket für die Ukraine in Gang zu bringen. Monsieur de Croix aus Belgien, der rumreist. Es ist die grenzenlose Selbstüberschätzung europäischer Politiker, nicht nur deutscher Politiker, die glauben, sie könnten international irgendetwas bewegen. Sie wären international noch wichtig, relevant, ernst genommen. Es ist ein europäisches Problem, diese Selbstüberschätzung, dieser Glaube, wir waren mal was und wir sind immer noch was. Das ist ja schon längst vorbei und da sind Baerbock und Scholz und die gehören halt auch mit dazu. Jona Cotar? Also mir fällt immer nur peinlich ein, wenn ich diese Leute im Ausland sehe. Wirklich. Die Nekla, die sich Baerbock mit Nintaniao geleistet hat, ich habe das Gefühl, sie fliegt durch die Gegend, weil sie einfach eine Selbstdarstellerin ist und das nutzen möchte fürs Marketing. Wirklich bewegen tut sie gar nichts. Im Gegenteil, sie stößt jeden Einzelnen vor den Kopf. Den Chinesen nennt sie Niktator, den Russen erklärt sie den Krieg und Netanyahu erklärt sie, dass er nicht weiß, was 15 Kilometer vor seiner Grenze entfernt ist. Und sowas ist uns deutsche Außenministerin. Man schämt sich. Herr Lüberding. Ja, ich wusste auch nicht, was Frau Baerbock jetzt, außer vielleicht Profilierungsbemühungen in der Innenpolitik, in dem Moment in Israel wollte. Also ich glaube, die Europäer können schon einiges machen. Allerdings müssten sie dafür mehr die informellen Kanäle nützen und vor allem sich über ihr Grundverständnis in diesem Konflikt verständigen. Das gibt es ja nicht. Also in Deutschland gibt es eine ganz andere Meinung über den Gaza-Krieg als etwa bei der Regierung in Madrid. Und deswegen ist eigentlich diese Form von inszenierter Reisediplomatie, die Baerbock dort an den Tag legte, einfach nicht nachvollziehbar. Und dann kommt das halt zu solchen Ergebnissen. Anders würde ich schon so etwas wie Scholz in China sehen. Also für die Chinesen ist Deutschland, glaube ich, schon wichtig. Und da Scholz dort hinreist, gehört zur Jobbeschreibung eines Bundeskanzlers. Das würde eine Bundeskanzlerin Alice Weidel, glaube ich, auch machen müssen. Die kann sogar chinesisch. Genau. Ja, eben. Er war ja besonders kompetent, wie Merkel. Gott russisch, wenn sie sich mit Putin unterhalten hat. Aber das sollte man schon trennen. Aber generell haben wir natürlich einen wahnsinnigen Bedeutungsverlust auch des Auswärtigen Amtes zurzeit. Das ist echt ein Desaster. Das kann man nicht mehr anders beschreiben. Dann danke ich jetzt sehr für die angeregte Diskussion. Johanna Cotar, Wolfgang Keudel und Frank Lüberding. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am 21. April 2024. Danke auch an Sie, liebe Hörer, für Ihr Interesse und für Ihre Spenden natürlich, ohne die es keinen Kontrafunk gäbe. Ich freue mich schon darauf, dass Sie dann in großer Zahl leibhaftig in Dresden zu sehen sein werden am 21. Juni. Und wenn Sie an unserem Markt teilnehmen wollen, am Nachmittag vor der Gala, und wenn Sie dort einen Stand mieten und Ihre Produkte verkaufen wollen, dann melden Sie sich unter info at kontrafunk.radio. Da werden also nicht nur Kunden und Käufer sein, sondern eine Community. Denn der Kontrafunk verbindet Menschen. Für heute darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich wünsche Ihnen allen einen schönen, wenn gleich unbotmäßig kühlen Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.